Der nächste Februar war am Lycée des Arts-Métiers an der Stadt die vierte Edition vom LTS Game Development Pitch Competition. Bei diesem Event konnten Schüler aus der Luxemburg Tech School LTS weißen, was sie an ihrem ersten Jahr und nämlich drei Main für Spieler konnten machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Element ist für mich extrem wichtig, wenn wir zu Lötzebüch empfangen wollen, keine Industrie nach Grund oder keine groß ausgebauten Industrie im Gaming-Bereich. Und dafür ist es wichtig, dass man verschiedene Elemente kreieren, für eine Top-Nech-Examkeit von den Leuten dabei zu kreieren. Wir haben nämlich ganz viel die Buche hier in Dorana zu Lötzebüch. Wir haben schon internationale Firmen, wo kommen sie, und sie sind fortgegangen, weil keine Studenten oder Fachkräfte da waren. Und dafür haben wir gesagt, okay, da kann man kreieren eine Information an einem Amity. Und dann die Information kreieren wir auch parallel den Markt, und dafür haben wir die Daten für professionelle Modellationen und Konsumensverbanden, um neue Sachen kreieren zu lassen. Wie fandest du die Idee von diesem Event? Also das ist ziemlich interessant, also zum Beispiel, weil ich mich immer für die Informatik interessiert habe, und als ich höre, dass es so ein Event gibt, kommt, dann ist es ich war direkt interessiert und ich habe mich direkt angeschrieben, und ja, ich bin froh, dass ich mit dem Markt gemacht habe. bis dahin. Bis dann! Ich bin froh, dass du schönshof ist und du so fragierst! Bis dann! Abonniert! Bis dann!